Video SEO für YouTube. Ihr Video ist fertig produziert und bereit für die Verbreitung im Web? Damit Ihr Video unter der Vielzahl anderer Videos im Web von den richtigen Personen gesehen wird, gilt es, Ihr Video für Suchmaschinen zu optimieren. Konzentrieren wir uns hierbei auf das größte Videoportal, YouTube. Schon beim Upload Ihres Videos sollten Sie Ihr Keyword im Dateinamen aufnehmen. Der erste Eindruck zählt. Starten Sie mit dem Einrichten eines Vorschaubildes, das Interesse weckt und animiert, Ihr Video anzuschauen. Ob Ihr Video angeklickt wird, hängt auch von einem aussagekräftigen Titel ab. Platzieren Sie Ihr Hauptkeyword zu Beginn des Titels und ergänzen Sie dieses mit unterstützenden Keywords und Zusatzinfos. Einen prägnanten Titel haben wir schon mal. Als nächstes benötigen Sie eine klare Beschreibung. Die ersten drei bis vier Zeilen sind hierbei auch im nicht aufgeklappten Infotext sichtbar. Hier sollten wichtige Infos wie Webadresse, Keyword und weiterführende Links stehen. Erläutern Sie in den darauffolgenden Zeilen kurz und prägnant das Thema Ihres Videos. Eine Beschreibung haben wir. Unter dem Bereich Tags geben Sie Keywords an, unter denen Ihr Video gefunden werden soll. Beschränken Sie sich hierbei auf maximal drei. YouTube erstellt einen automatischen Untertitel für Ihr Video. Bearbeiten, korrigieren und ergänzen Sie diesen mit Zusatzinfos, damit Google den Inhalt Ihres Videos noch besser verstehen kann. Der automatisch erstellte Untertitel ist bearbeitet. Planen Sie für das Ende Ihres Films Verlinkungen zu weiterführenden Inhalten ein, zum Beispiel zu Ihrer Webseite, zu Ihren Videos oder den Hinweis zum Abonnieren Ihres Channels. Geschafft! Alle Einstellungen Ihres Videos sind optimiert. Weitere Infos finden Sie unter www.animarco.de